Was ist? Halt und festhalten? Ja, weiß ich. So einen kleinen Imbus hat. So ein Pimmel auch. So, pass mal auf. Mach mal so. Ich stelle den mal ein. Ich habe ihn mitgekriegt. Was habe ich noch gemerkt, als ich... Nee, nee. So, jetzt halt klar. Das muss man auch tun. Jetzt kommt ein bisschen dazwischen. Was ist das denn da, Tim? Ich auch. So, kannst du das noch drauf, bitte? Ich habe nichts. Ja, ist ja gut. Schon mal geflogen? Ich habe das gemerkt. So im Keller raus habe ich dir ganz knack gesagt. Mach mal. Ist das richtig fest oder nicht? Ja. Jetzt sind wir fest. So. So. Für den könnte ich ihm sogar ein GfK holen. Für den kleinen darf ich mal irgendwie... Später mal. Als nächster Schritt. Frau Freischmann habe ich dir das Besteck da unten. Das Toupé-Besteck da. Nee, die Flächen. Hier war es schon mal so rein. Ist die falsche? Nee, hier. Nee, auf eine Seite passt die aber auch. Ich habe den hier auch. Du musst dich da nur andersrum hinsetzen, Dieter. Das ist die falsche. So. Wo hast du Impuls vorne? Schwarz ist vorne. Schwarz ist vorne. Schwarz ist vorne. Ja, müssen wir mal absprechen. Warum? Das hörst du doch am Knackgedacht. Das kann doch jeder. Dieter. Ist da drin? Nein. Ja. Da brauchen wir nicht. Merkt man doch einen Widerstand. Ja. So, der ist drin. Der auch. Alles klar. Die waren heute nur Erstflüge. Komm. Links. Musst du drin sein, oder? Links. In kommt ja. Er fliegt wieder. Hättest du nicht mit gerechnet, oder? Ein Fregelsieger. Ein Segelsieger. So. Monotor 1. Monotor 1. Oh ja, der kann, der kann das vergessen. Jo, geh nur runter. Monotor 1. Normal, wenn du dann anfängst zu fahren. Ja, super. Immer noch brutal auf die Nase. Ich käme auch mal unter 900. Könnte ich. Noch mal 3 Schläge hoch. Ja, du bist so schön. Nein, ich war glücklich. Ich war glücklich. Ja, ich war glücklich. Wie ist es denn? Ich war glücklich. Oh ja, ich war glücklich. Und nie. Du bist so. Ich war glücklich. Und wie bist du jetzt. Du bist.